Und der Katapult schießt, es trifft hoffentlich aus der Entfernung, helft euch mal. Verdammt, es ist immer noch zu weit weg. Are you kidding me? Hab ich nicht genug Soldaten? Hab ich nicht genug Soldaten, dass die voll... Ich hab nicht genug Soldaten. Aber ich stell doch Soldaten her. Wo ist denn meine Brauerei? Moment mal. Okay, wir machen mal folgendes. Wir gehen mal kurz zu unserer Schlosserei. Die machen wir aus. Warum haben wir keine Kohle? Ich baue doch Kohle ab. Weil ich kein Essen habe? Okay. Okay, ich muss Essen abbauen. Ich überlege nur gerade wo. Ich brauche Essen. Hier. Wir bauen hier einen Bauernhof. Na, jetzt haben wir ja irgendwo... Das muss nämlich weg. Hier bauen wir nämlich ein... Ich denke auch, hier ist ein Bauernhof. Und... Dann... Ja, ach mal hier ein Bauernhof. Wie gesagt, hier ist ein Bauernhof. Dann kann hier... ...ne Mühle erstmal hin. Und hier kommt ne Bäckerei hin. Und hier... ... ist ein Brunnen. Oh, ich hab's Gebäude kaputt gemacht, ne? Ja, es ist weg. Oder ist es der Wachtturm gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Stellbruch. Wie gesagt, hier kommt die Festung hin. So. Brauchen wir Essen. Ganz viel Essen brauchen wir. Hier ist ne Fischerhütte. Wir machen hier noch ne Fischerhütte hin. So, ich denke mal, der kann jetzt wieder anfangen. Oder so an. Kann da anfangen, hier... ...Holz zu fällen. Das ist echt krass. Ich hab... ...keine Soldaten mehr. Was liegt die Soldaten? Ja, hab ich mehr. Super. Die Tärerstärke... ... ist meine Höhe. Das ist schon mal gut. Aber ich habe... Doch, ich habe Schwertenschild. Aber ich habe... ...meine Brauerei. Die hier oben irgendwo war. Die stelle Dinge her. Und mache daraus Bier. Und daraus müssten dann eigentlich hier... Also... Mal mal kurz. Hier liegt das Bier. Aber... Okay, wo stelle ich ein... Wo sind denn die ganzen... Hier nicht. In welchem Lagerhaus sind denn die überall? In welchem Lagerhaus sind denn... In welchem Lagerhaus sind denn die ganzen Schilde? In welchem Lagerhaus sind denn die ganzen Schilde? In welchem Lagerhaus sind denn die ganzen Schilde? Oh, jetzt wird das ein bisschen tricky. In welchem Lagerhaus sind die ganzen Schilde? In welchem Lagerhaus sind die ganzen Schilde? Also... Das kommt nicht hier hin. Und hier auch nicht. Genauso wenig wie Das ist gerade scheiße, ich keine Soldaten mehr habe Ich muss nur kurz Soldaten erzeugen Hier kommt jetzt mich einer raus und miet der rein Der hat ja auch eine Festung, Alter Was ich sagen wollte ist, ich muss sagen hier auch Und dann müsste man jetzt hier in diesem Lagerhaus langsam in die Schilder reingehen Da habe ich noch eins irgendwo Nein Ich werde ausgelagert Man denkt da gar nicht dran, hier irgendwas zu bauen, das ist gut Was baut ein Holzfäller Aber ich sehe, hier kommt gleich ein Boot angegast Also ein Gegner ist aber egal Hier kommt meins, hat es zufällig Keine Ressourcen an Bord Okay Könnte mal Jetzt schon wieder zurück Okay, dann ist der hier auch leer Und der greift mich an Das wäre jetzt richtig kacke, wenn der gewinnt Und das dumme ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass er gewinnt Okay, meine Soldaten sind noch ein bisschen krass drauf, als ich dachte Einer von denen muss den Kampf gewinnen Wenn sie beide verlieren, dann habe ich verloren Okay Okay, ich habe gewonnen Oh, das war knapp So, ich muss echte Daten erzeugen Ich muss echte Daten erzeugen Sagen wir mir, dass er das jetzt hier schildert Okay Oh, ein Goldwerk läuft gut Wie läuft denn inzwischen Wer hat es gestoppt? Genau Es geht so Eisenschmelz läuft hier oben Aber was ist jetzt eigentlich mit der Schmiede? Ich muss das mal ein bisschen sammeln Wo war denn das? Okay, machen wir mal die Eisenschmelz auch noch Produktion aus Dass das hier alles gebaut wird Hier ist auch ein Eisenbergwerk Und alles Das ist gut Das ist richtig gut Hier jetzt erstmal Atem dein Gesicht So, ich glaube die Festung wurde nicht besetzt Ne Ah genau, die Festung wurde besetzt Hat der auch hier eine Festung gebaut Oder hat einfach keine Steine? Doch, der hat Steine Da habe ich wieder eingetötet Das ist gut Auf jeden Fall habe ich erstmal eine Festung mit mehr Leuten drin Aber zu wenig Leuten Ich brauche Soldaten Und hierfür brauche ich aber auch Essen Wo kann ich denn hier noch Essen herstellen? Ich könnte hier Bauernhof Schweinezucht Das Essen hier einmal durch die ganze Das Mut wird sowieso durch die heilige Welt getragen Warum ist der auf einer Boots-Helden-Bedrecke nebenan im Bauernhof ist? Okay Und dann greift mich schon wieder an Das Bitch Wenn ich hier in einem Bauernhof mit mache Dann habe ich unten keinen Ich brauche vor allem auch Ich brauche Gold Wie viel Gold habe ich? Ich habe natürlich auch Gold Ich weiß, was ich Gold habe Hergestellte Münzen Ich meine die stelle ich glaube relativ safe her Mit dem Glück kommt der nicht hier auf die Idee Irgendwas hinzubauen Was mir Probleme machen könnte Ich könnte hier einen Bauernhof hinbauen Und hier Ich werde die ganze Zeit angegriffen Eine Mühle und hier eine Bäckerei Das ist schon ein bisschen tricky ja jetzt hier Die Festung werde ich bestimmt nicht angreifen Mich macht die so kaputt Mit Ressourcenkrieg Den ich vielleicht gar nicht gewinne Zumindest Naja okay Lokal gewinne ich ihn gar nicht jetzt schon Ich denke mal Ich werde hier oben auch nicht weiter expandieren Ich soll nämlich voll und ganz darauf konzentrieren Wenn ich ihn hier weitermache Weil hier ist auch ein kürzerer Weg Bis zum Portal Macht er hier eigentlich irgendwas Ja da wird überall irgendwas Aber ich habe offiziell die bessere Wirtschaft als er ne Ja nicht mehr ganz so Vielleicht sie mich ergreifen Die ganze Zeit hier an Zum Glück gewinnen meine Soldaten Ich habe nicht genug Soldaten um anzugreifen Was ist das für ein Müll Die Wachstube ist doch ein 0,0 weg Das kann man Was gibt es denn hier So läuft denn jetzt die Schmiede besser Ich müsste doch jetzt hoffentlich hier in diesem Lagerhaus Bier habe ich eben so viel Das reicht Die ganzen Schilder rumliegen haben Ich habe mal die Liege jetzt nicht Wurde nicht total sinnlos umgetragen Hier ist auch nichts drin Sehr gut So Mir ist tatsächlich für uns noch irgendwo anders ein Lagerhaus gebaut Okay ich habe gehört wir bauen hier noch Gold ab Und ich baue hier immer mal kurz eine Mini-Wirtschaft auf Aber die funktioniert nur semi-optimal Hier funktioniert nur semi-optimal Ich baue Kohle ab Yay Aber keine Soldaten Ich habe keine Soldaten Ich habe keine Soldaten Und der Arsch hat Man kann immer mal machen Man muss alleine keinen Weg hinbauen Dann geht es alles viel besser Ich meine ich kann mit einem Soldaten angreifen Was ist denn das nur einer Ist das der? Ich habe hier schon teilweise ein paar gute Leute drin Ich kann jetzt gerade leider nicht so viel tun Also wie bekloppt versuchen Ganz ganz viele Soldaten herzustellen Ich meine Schmiede schön nach 100% haben Warum hat die keine Kohle? Also Wir produzieren jetzt nur noch Münzen Und Soldaten Und den Rest haben wir nicht So wie ich das überblicke erstmal aus Und wenn ich nichts habe Dann okay Dann kann irgendwie mal Bauernhof nicht besetzt werden Who cares Wir brauchen jetzt Militär Ich kann hier hinten noch ein Kohlekraft Das ist ja alles Kohle gewesen Das weiß ich noch Fische hätte okay Hier habe ich unten schon Aber ich könnte hier auch eine bauen Fische ich eben Dinge weg Aus Prinzip Weil ich eigentlich das beste Und wohlgenärmste Kohlekraftwerk ever Ne okay Stimmt gar nicht Das stimmt ja gar nicht Weil diesen Durchbruch habe ich nie geschafft Wollen wir mal kurz Was kann ich denn hier abbauen? Was kann ich denn da abbauen? Bauernhof Ich kann überall Essen produzieren Also hier mache ich auch nicht weiter Hier ist auch für mich der Cut quasi da So und hier oben war ja auch Wie so ein Lagerhaus Wenn der mir wie so Und alles wegforstet Dann kann ich hier auch Hier einen Bauernhof hin machen Und hier eine Schweinezucht Es ist immer ein Nachteil da Aber immer Aber ich kann hier eine Schweinezucht hin bauen Und hier einen Bauernhof Das klappt Wunderbar Was ist da bitte wie so irgendwo abgebaut? Habe ich gehört Okay, jetzt eisen das hier alle Aber wahrscheinlich Ich hätte mich hier einen Geologen aus Prima, ich kann hier einen Knie Kann ich hier abbauen Das ist super Ah, perfekt Manchmal sagen wollte ich Dass wir hier einen Brunnen bauen Dann habe ich hier einen guten Cut Wie sieht es denn produktionstechnisch aus? Meine Schmiede Meine Münzbrägerade auf 100% Das ist auch ein gutes Ich habe zwei Eisenschmelzen Die eine müsste aus sein Und die andere läuft auf Fastenus Na ja, 85 Okay Dann haben wir zwei Hefen Bäckerei Kann ich Sehen Wirtschaft Ja, ich bin schon noch besser Aber Militäre Stärke Er ist besser Das ist kacke Kann ich bei der W Oh, jetzt kann ich nur angreifen Mit zwei Leuten Eigentlich eine von denen Eine von denen Yay Und Ja Kann ich hier noch eine Fischöchtern bauen Das ist auf jeden Fall eine schwierige Motion Ich glaube die Nee, ich wollte gerade sagen Eisenerz gefunden Dann kann ich hier Eisenerz bauen Und das da abreißen So, das ist ein bisschen Alles in doofe Umverlagerung Und warum Kein Essen Mir da Das hat doch Essen Warum so wenig Der Sprung ist auch Alle Gebäude abreißen Aber hier oben ist noch welches Na, dann baue ich hier oben da noch Einen Steinbruch ab Wenn nicht wie es hier hoch geht Dann machen wir das mal noch Oh, jetzt sind wir Wir sind viele Leute Viele Leute da Oder ziemlich krassen Leute